Oh, die Pferde sind doch wieder da. Sind die in die abgehauen? Ja, eigentlich schon. Das ging jetzt aber schnell. Oh, mein verberes Fortress. Ich sehe Endermen, also das bedeutet, dass der Plan funktioniert, nicht wahr? Wollt ihr die Endermen nicht diese Dinge schon entmantelt haben? Oder bin ich einfach verstanden? Es ist nicht nur dich. Es ist etwas falsch. Jesse, hierzu. Axel! Ihr habt es geschafft. Ein schönes Armour, von der Seite. Das macht euch alle viel einfacher zu sehen. Sehr gut zu sehen, Axel. Axel, die Kavalken hat es geschafft. Wo ist die Kavalken hat es geschafft? Was auch. Die Endermen, sie sind nicht genug wunderschön. Ich meine, einige von ihnen sind, aber... A lot of them are just standing around, moving blocks. You know, being in. Hm. Ah, Blast! Well, es ist nichts, das wir nicht können, richtig? Ah, ich bin nicht so sicher. Jetzt ist nicht die Zeit für kaltes Fähigkeiten, Soren! So, was ist der Plan? Ich meine, ich weiß, wir müssen da rein gehen, aber... Wir gehen einfach rein, oder was? Verdammt, in die Festung, ne? Let's just go finish this. Wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass du mir einen dieser coolen Armour bringst, oder? Du denkst, ich würde dich in das fighten lassen? Hier. Nice! Ich fühle mich ein bisschen weg. Jetzt hast du deine Chance. Wir müssen ja eigentlich nur die Ender-Kutzes da irgendwie rausbringen, aus dem Ende. Äh, ja. Ich weiß nicht, dass du die Ender-Kutzes da sehen kannst, aber... Ich weiß nicht, dass du die Ender-Kutzes da sehen kannst, oder? Soren! Soren, soren, einfach... Run away? Soren, du bist ein verdammt! Ich kann nicht glauben! Ich kann nicht glauben! Jesse, du kannst dir die Dinge aus, oder? Was? Ich kann nicht, dass du ihn verletzen kannst. Soren, dann kommst du zu den Planen-Blocken und verletzen! Soren! Soren! So much for the mighty Order of the Stone. Mhm. Es ist egal, es ist egal. Es ist egal. Wir haben Arbeit zu machen. Wir müssen die Endermen, die ihn verletzen! Der Traktorbeam! Jesse, das ist es! Mach sie dich in den Traktorbeam! Wir müssen alle in den Strahl! Na ja, ziemlich gut! Äh... Einmal reingekickt! Jo! Katschen gemein! Ja! Äh? Äh? Nach dem Wasser anreffen! Ja! Die porten sich dann ja! Auch wenn du Pfeile schießt und so porten sie sich ja! 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 Seppdrag! Komm her! Komm her! Ruben! Kannst du mir ein bisschen Hilfe geben? Schön, Ruben! Okay! Nicht schlecht! Klopp, klopp! Ja! So wird er langsam aber sich auseinandergenommen! Ja! Das ist ein Schuss! Das Schuss ist großartig genug zu kommen! Jetzt müssen wir nur einen Weg finden! Oder einen Weg finden! Oder einen Weg finden! Das ist es! Alle, öffre deine Schuss! Mal schauen, ich habe Redstone und Cobblestone aus der Armourie Ivor! Ich habe TNT aus Boomtown! Ich habe Pistons, Repeater... Lukas hat mir ein bisschen Kugel! Und ich habe ein bisschen Slime aus der Mase! Oh! Und ich habe immer diese Minecart! Das muss genug sein, um etwas zu machen, nicht wahr? Ich meine, wenn wir die TNT auf, sagen wir... Die Minecart? Oder die Pistons! Leute! Checkt euch das! Wir benutzen die Pistons, die Redstone und die TNT um eine TNT zu bauen. Dann, ich stehe weiter und ihr euch blastet mich all the way in die Witherstorm! Haha! Ja! Ich liebe diese Idee! Also, was wir warten? Los geht's! Oh! Ja! Oh! Du bist so dein Ding! Du bist so dein Ding! Oh! Ich bin so dein Ding! Kamen! Du bist so dein Ding! Du bist so dein Ding! Hä! Warum.. Die adding ist.. Ocelots distract that wither storm hey you get a load of this Thank you anything for a friend now, let's hurry up and build this thing Yeah Oh They're pressing, it's amazing Popin! Das ist kein Platz für uns! PIN! Popin! Du musst mich nicht so überraschen. Auf der anderen Seite... Ich bin ziemlich glücklich, nicht zu sein hier. PILZE! Ja. Sieht aus wie im Neta. Ja. Wie? Oh man... Die sehen irgendwie nicht gut aus. So lila. Cooler. PULZE! Und nicht wegrennen! Äh... Du gehst ja langsam! Dann hopfst du! Oh, guck mal! Da ist der Befehlsblock! Da ist der Befehlsblock! Befehlsblock! Ja, da ist es der Befehlsblock, oder? Ja! 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 Sanu hoch mit dir! Und Hoppop rennt rennt! Ja! Ja! Puff! Kaputt! Du musst so draufhauen! Du musst so draufhauen! Ich hab ja gehauen! Ja! Das geht nicht ganz so einfach! Ja, aber kaputt ist er nicht! Ja, ja auch nicht! Musst du jetzt wahrscheinlich nur öfter draufhauen! Ja, wahrscheinlich! Genau! Du musst den zurückbiegen! Ruben! Whatever happens! We have to destroy that command block! Du understand? Hachen! Why didn't I always carry enchanted weapons? I'm coming, Ruben! Oh god Und wieder runterkriegen. Ist immer das gleiche. Mit Endgegnern. Oh, verdammt. Hier, Ruben. Ich meine es diese Zeit. Oh. Oh. Oh, toll. Und wieder runter. Ah, das ist ja übel. Oh, Mann. Hilfe. Da geht's aber tief runter. Ja, das ist ja fies. Kann der wahrscheinlich... Oh, oh. Oh, Mann. Das war keine gute Idee. Oh, jetzt hat er keinen... keinen... Der leuchtet nicht mehr. Der leuchtet nicht mehr. Nee. Das Licht ist aus. Oh, oh. Geschafft. Das wird gerade ziemlich oft gespeichert. Das finde ich ganz nett. Nein! Und wieder runter. Sag ich doch. Oh. 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 Oh, jetzt hätte ich bald geschlafen. Oh. 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 Hilfe. Das Schwein ist gefallen. Jo. Ich hab's gesehen. Aber jetzt ist er kaputt. Und wir fallen auch. Und wir fallen auch. Hoffentlich in Wasser. Hehehe. Ja. Gott sei Dank. Das muss ja zum Glück auch nur ein Tief sein. Ja. Aber wo ist Ruben? Keine Ahnung. There you are. Jesse. Are you all right? We thought you were... I mean... I didn't think you made it. Ruben. Where's Ruben? I thought he was with you. I remember. I remember. I remember. You remember what? I remember everything. I remember everything. Oh, Petra. I'm so happy for you. Hey, hey. Hey, hey. Do you guys hear something? Oh. Oh no. Oh no. I don't care. Hey, 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 hey. Porno, Ruben. Get up. Oh no. If you get... ufuui... You'll just give up on me. Not now. Wow. Jesse, I am... I am so sorry. He was a great pig. I am so sorry. I am so sorry. People used to look at me like that once, Jesse. Perhaps they deserve to know the truth about the Order. All those lies we told them. Maybe I should finally come clean. Don't tell them, Gabriel. Just let them have their legend. We all owe a great debt to Jesse and her friends, but I owe a debt to you people as well. Which is why there is something I want to tell you about the Order. We may have defeated the Ender Dragon, but that is nothing compared to what these heroes did. They took down a wither storm. They are a new generation of heroes. They are a new generation of heroes. They are a new generation of heroes. But the truth is, I didn't do it alone. Far from it. You see, I had my friends with me. There was Olivia, Axel, Petra, Lucas. They never gave up on the world or on me. Well, maybe once or twice. If they only knew. It's crazy to think my friends and I started out in a treehouse. And now, we've been to some of the weirdest places in the world. We even made it to Boomtown, where we met Magnus. And some of his enthusiastic followers. But when all was said and done, you know what really mattered? My hero. Ruben the pig. He may have seemed like just a pig to most people. But he was so much more. And at the end of the day, he saved us all. For Ruben! Jesse, this is the Nether Star that dropped when the Wither Storm was destroyed. You want to do the honors? Oh man, this is going to be so cool. Yay. It's going to be light. Mm-hmm. My friends, I am now pleased to introduce to you The New Order of the Stone! The New Order of the Stone! And so it was A man whose adventures were only just beginning. For though the world had been saved and the command block destroyed. There are many more worlds than just this one. Das war's, ne? Ja, zumindest was den Witherstorm angeht. Ja. Ich bin schockiert. Ich auch, total. Ich bin schockiert. Die haben Ruben getötet. Oh man, ich muss mir ja echt das Heulen verkneifen. Also ich muss sagen, ich bin auch äußerst, äußerst traurig darüber. Ja, also ganz, ganz schlimm. Ja, oh man. Ja, dann weiter in Episode 5, ne? So sieht's dann wohl aus. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns doch da wieder. Wir sehen uns in Episode 5. Also bis denn. Macht's gut, ciao. Ciao.